Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorredner sprach davon, man müsse Worten Taten folgen lassen. Es ist viel die Rede gewesen von Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit ökologischen Fragen und des Klimaschutzes in dieser Debatte. Da ist jeder gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Wir haben als Fraktion unseren bescheidenen Beitrag dazu geleistet, dass wir als erste Fraktion dieses Hauses klimaneutral sind. Unser Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann und ich selbst haben unsere privaten CO2-Fußabdrücke durch die Löschung von CO2-Zertifikaten neutralisiert. Wer von Nachhaltigkeit spricht, sollte eben auch bei sich selber anfangen. Das ist genau das Prinzip, das Sie beschreiben. Mit einem marktwirtschaftlichen Mechanismus CO2 vermeiden. Ich fände gut, wenn diese Debatte hier für uns alle ein Anlass wäre, darüber nachzudenken, ob der Deutsche Bundestag insgesamt nicht das erste CO2-neutrale Parlament der Welt sein sollte. Lassen Sie uns bitte unterstreichen, dass Nachhaltigkeit nicht nur in ökologischer Hinsicht bedeutsam ist, sondern auch in ökonomischer Hinsicht uns in die Verantwortung nimmt. Um es plakativ in einem Satz zu sagen, es schmelzen die Eisberge und die Schuldenberge wachsen und beides müssen wir mit gleicher Aufmerksamkeit bekämpfen. Lassen Sie mich dann beginnen bei der ökologischen Frage. Was ist eigentlich aus der Klimakanzlerin geworden? Was ist aus dem Klimakabinett geworden? Es gab die Bilder aus Grönland, auch ihres damaligen Umweltministers. Was ist daraus geworden? Nun legt Peter Altmaier den Finger in die Wunde und beschreibt, wir bräuchten einen nationalen Klimakonsens. Für mich ist das nichts anderes als das Eingeständnis, dass die bisherige Klimapolitik, die seit 2005 beschrieben worden ist, offensichtlich nicht wirksam war. Das belegt ja auch die Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung. Die demonstrieren ja nicht gegen uns oder gegen mich, weil sie Formulierungen blöd finden, sondern die demonstrieren gegen Union und SPD, weil sie offensichtlich keine Glaubwürdigkeit in der Klimafrage haben. Und deshalb schlage ich vor, Frau Kollegin, deshalb schlage ich vor, dass wir uns auf die Instrumente konzentrieren, die wirklich wirksam sind. Die Denkfabrik Agora, die jetzt nun nicht regelmäßig von liberalen Politikern zitiert wird, die hat nun klar nachbewiesen, dass der CO2-Zertifikatehandel unmittelbar dazu beigetragen hat, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Stattdessen, Kollege Brinkhaus, hören wir zwar die Worte auch von Ihnen, es solle mehr Markt geben, die operative Politik im Tagesgeschäft, aber die hört sich eher nach Herrn Miersch an. Tafeln bei jedem Ministerium über die jährlich erreichten CO2-Einsparziele. Diese Legion von Einzelmaßnahmen und Verboten, Geboten und Subventionen, die Sie auch als Unionsfraktion mit auf den Weg gebracht haben. Frau von der Leyen, die heute noch zusätzliche Einzelmaßnahmen bei Ihrer Rede angekündigt hat. Das wird uns nicht weiterbringen. Wenn Frau von der Leyen für die Europäische Union das Einsparziel 55 Prozent heute vorgibt, dann brauchen wir morgen auch bei der politischen Methodik eine Trendwende. Markt und Wettbewerb sind die besten Klimaschützer, und deshalb sollten wir auf Sie systematisch vertragen. Im Übrigen wäre ein solcher Innovationswettbewerb für uns auch eine wirtschaftliche Chance, die Spitzentechnologien im Cleantech-Bereich hervorzubringen, die wir auf den Weltmärkten auch rentabel verkaufen können. Ein doppelter Nutzen zur Sicherung unseres Wirtschaftsstandorts wie ein Beitrag zu einer Überlebensfrage der Menschheit. Das scheint aber nicht überall angekommen zu sein, auch nicht im Umfeld der Bundesregierung. Ich sehe, dass das Umweltbundesamt im November 2019 noch eine Studie vorgelegt hat, nach der sozusagen der Goldstandard, um die Klimaneutralität 2050 zu erreichen, sei, dass wir uns ab 2030, ich zitiere, vom Wirtschaftswachstum befreien. Dann kann ich das nicht als ein gangbares Szenario für die Industrienation Deutschland erkennen. Im Gegenteil, wenn das Umweltbundesamt davon spricht, wir sollten uns vom Wirtschaftswachstum befreien über einen Zeitraum von 20 Jahren, 2030 bis 2050, dann kann ich das angesichts von Kurzarbeit und Menschen, die um ihre wirtschaftliche Existenz in der Corona-Zeit fürchten, nur als blanken Zynismus begreifen. Wir brauchen beides, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit und auch eine prosperierende Wirtschaft. Denn, Herr Mirsch, wie soll das denn eigentlich gehen, dieser handlungsfähige Staat, von dem Sie hier gesprochen haben? Wie funktioniert denn Ihr handlungsfähiger Staat in einer alternden Gesellschaft, die aufgrund der Migration auch zusätzlichen sozialen Integrationsbedarf hat? Wie soll das, wenn weniger Menschen erwerbstätig anders gehen als dadurch, dass sie wirtschaftliche Prosperität haben? Übrigens, die Handlungsfähigkeit des Staates ist nicht nur ein Gebot der Gegenwart, sondern auch künftige Generationen, die heutigen Kinder und Enkeln, haben der einst ein Recht auf einen handlungsfähigen Staat. Deshalb muss selbstverständlich die Schuldentragfähigkeit, man könnte auch sagen, die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen ein wesentliches Ziel sein. Schnellstmöglich müssen wir deshalb zur Politik der ausgeglichenen Haushalte, wie sie unser Land seit 2011 verfolgt, schnellstmöglich müssen wir da hin zurück. Ja, natürlich, das macht jeder Kaufmann im Mittelstand. Während der Krise lösen Sie Reserven auf, lösen Sie Rücklagen auf, nutzen das, was Sie an Eigenkapital haben, um über die Krise zu kommen. Aber wenn man einen Tag weniger lange solide wirtschaftet als notwendig, dann ist es die nächste Krise, die einen in die Leitplanke führt und aus der Kurve wirft. Also insofern, natürlich müssen die öffentlichen Haushalte wieder resilient werden, und das gelingt durch die Haushaltsneutralität. Und dann müssen wir hinsichtlich der Frage der Nachhaltigkeit fragen, wie wir öffentliche Aufwendungen eigentlich einsetzen und für was? Herr Brinkhaus, dass Sie ja allen Ernstes einen Generationenscheck verlangen, das ist doch nun wirklich angesichts der Politik der vergangenen Jahre, die Sie zu verantworten haben, ein Ausdruck von Humor. Sie haben ein Rentenpaket 80 Milliarden Euro beschlossen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden in den 20er Jahren über 40 Prozent steigen. Da brauche ich keinen Generationenscheck, um Ihnen zu sagen, diese Politik treibt einen Keil zwischen die Generationen. Und deshalb, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn im vergangenen Jahr unser Staat eine Billion Euro an Sozialausgaben hat, bei niedrigster Arbeitslosigkeit und höchstem Beschäftigungsstand. Eine erstmals mehr als eine Billion Euro. Dann ist die Frage, Herr Mirsch, nicht, wie bekommen wir zusätzliches Geld ins System über Schulden oder über Steuererhöhungen. Nein, das ist nicht die Alternativsituation. Das ist eine Scheinalternative. Die Frage kann sich auch stellen und muss gestellt werden, wie wir die bisherigen Staatsaufgaben so neu verteilen, dass sie nicht nur in den Gegenwartskonsum gehen, sondern beispielsweise durch die Stärkung von Bildung, Forschung, Innovation und Infrastruktur auch künftigen Generationen zugute kommen. Das ist die entscheidende Frage. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Linke die Kollegin Amira Mohamed Ali.